Hallo, America Unlimited! Wenn ich mit America Unlimited eine Reise nach Florida gewinnen sollte, dann würde ich mich so freuen, dass ich glaube, die Kreuzfahrt, die ich eigentlich buchen wollte, ins Wasser fallen würde. Bringt ja nichts, weil so eine Reise nach Florida ist einfach viel, viel besser. Macht viel mehr Spaß und da bringt auch die ganze Kreuzfahrt dann nichts, auch wenn dann das Schiff irgendwie sich verwandeln würde. Ein richtig tolles T-Shirt, so wie dieses hier, würde mir auch nichts bringen. Und ich würde mich so, so sehr freuen, dass ich Kreise, so wie diese hier, in Quadraten verwandeln. Glaubt ihr nicht? Ist aber so. Ich habe das mal vorbereitet. Und ich würde mich ganz, ganz doll freuen und die Kinder würden wir nicht mitnehmen. Meine Frau und ich haben entschieden, die Kinder kommen nicht mit nach Florida. Ich habe hier gerade ein Kind. Ich kann nicht. Du kommst nicht mit. Doch. Ne, du kommst nicht mit. Doch. Nein, du kommst nicht mit. Doch, ich mit. Warum? Ich habe ein Ticket. Oh, tatsächlich, du hast das Ticket. Ja, Florida Ticket. Du hast das Ticket, aber du kommst nicht mit. Doch. Nein, das Ticket nehme ich dir jetzt weg. Ne. Doch. Achtung. Siehste? Okay, du kommst doch mit. Siehste? Die Schreierei kann ich nicht so gut haben. Ich auch nicht. Und ich würde sagen, wir buchen dann sogar noch nach für die Kinder. Dann hat Amerika Unlimited auch noch was davon. Genau, das ist doch toll. Finde ich auch. So, leg dich mal hin. Ja. Gut. Und wir würden uns so, so sehr freuen, dass ich sogar, wenn ich in Florida bin, mir den erstbesten Typen suchen würde und ihn für Amerika Unlimited würde ich ihn interviewen. So sehr würde ich mich freuen. Und der erstbeste Typ, den ich in Florida finden würde, wäre, wäre ich selber. Wie gefällt es dir in Florida? Super. Das ist schön. Was gefällt dir denn am besten? Florida. Ja, was denn in Florida? Orlando. Und was in Orlando? Äh, Achtung reinfahren. Das ist ganz, ganz toll. Oh, toll. Genau, so sehr würden wir uns freuen. Und was ihr von America Unlimited jetzt nicht gemerkt habt, ist, dass ich euch im Unterbewusstsein zu meinen Gunsten beeinflusst habe. Das ist nämlich eine Technik, die habe ich von meiner Frau gelernt. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.